Herzlich Willkommen zu einer Nur-Ein-Fugged-Fronten Resident Evil 2. Ja, am letzten Part haben wir weitere Schlösser gefunden, haben eine aufregende Löschaktion begonnen und ich würde sagen, jetzt gehen wir mal in den Keller des Ganzen. Falls wir jetzt, glaube ich, da hinkommen und ich habe ein Kabel gefunden und ich glaube, ich weiß schon, wo ich es benutzen werde. Oder wartet mal, kann man nicht erstmal hier lang? Weil mir war, als könnte man jetzt hier drüben noch was machen. Ein Rätsel oder so. Wofür das Kabel ist, das werde ich später noch sehen. Im Verlauf dieses Let's Plays. Und kann ich jetzt hier... Nein. Ich kann immer noch nicht rein. Gut, dann müssen wir scheinbar später rein. Dann gehe ich jetzt den Weg, den ich ursprünglich fahrt. Und ich bin wieder gebasht von diesem geilen Soundtrack von Resident Evil 2. Aber Leute, dieses Spiel macht so eine herrliche, creepy Atmosphäre. Es ist fast so geil wie in Silent Hill. So, hier hinten war, glaube ich, noch eine Tür, die wir aufschließen konnten. Jetzt mit dem neuen Schlüssel. Oh, und der Kollege da drüben war, glaube ich, noch... ...lissel am Pen. Ich glaube, ich weiß, was ein Kerl auf uns wartet. Und ich hasse es jetzt schon. Gut, lasst uns gehen. Gut, da erstmal wird schön, das nehmen wir da gleich mit. Kräuter. Kann man immer gut gebrauchen. Das kombinieren wir jetzt mal. So, und hier werde ich jetzt das Kabel einsetzen. Weil das ist ein wichtiger Pfad, den werde ich ab und zu auch mal benutzen. Den anderen Pfad, den Westflügel, brauche ich nicht wirklich. Weil da können wir abkürzen. So, und jetzt, glaube ich, kann ich nämlich hier... Kann ich hier auch schon rein? Nein, noch nicht. Dann müssten wir, glaube ich, auch im Keller finden. Etwas, das wir gebrauchen können. Ab in den Keller. Oh, und diese geile Kellermusik. Ja, ihr hört schon, es sind die Hunde. Fuck. Fuck. Komm, stirb. Stirb, du Dreckvieh. Einer ist schon mal tot. Wo ist der andere? Der lauert doch hier, ich höre ihn doch. Komm raus. Fuck, ey, diese Drecksviecher. Ja, wenn sie knurren, kann man selbstverständlich gleich nochmal angreifen und nachsetzen. So. Jetzt müssten sie auch tot sein. Oh, voll die großen Lachen, ist ja ekelhaft. Aber, was war das? Ii, Autopsie-Raum. Verschlossen. Ein Kreuz eingraviert. Gut, hier hinten konnte ich, glaube ich, speichern. Hier unten in den Kerlchen. Gut, noch mehr Hunde. Aber, die sind, glaube ich, draußen. Hey, diese Drecksviecher. Komm, jetzt reicht's. Ich hasse diese Runde, ey. Seht ihr, genau deswegen hasse ich diese Dreckswunde. Es ist immer so ein Ärgernis mit diesen Scheißviechern. Aber, das büßen die Fächer. Jetzt liegen sie, jetzt liegen sie garantiert. Das kann ich euch sagen. Vor allem, ich konnte nicht mal eine 180-Grad-Trägung machen. Ich war noch nervender. Es ist mindestens doppelt so anstrengend, wenn du keine 180-Grad-Trägung machen kannst. Die du erst zum Teil 3 so richtig machen konntest. Oh, Mann. Weil, ich möchte so einen Hund möglichst schnell töten und nicht meine ganze Zeit mit so einem Fieferplempern. So, komm, hier, Kräuter mitnehmen. Ja, mischen. Jetzt sind sie fällig, Leute. Jetzt sind diese Drecksviecher fällig. So, erst mal schön die Schotten dicht machen. Ich möchte gerne möglichst alle Hunde da unten eliminieren, bevor sie richtig nervig werden können. Ich möchte so einen Lernstil runterholen. Ich möchte aber auch, was ich will, was ich nicht vermeriget. Ich möchte, ich hoffe, die Schotten durch das System scheinen. Ja, aber womit es sind die Schotten, die Schotten zu schiften. So, jetzt sind sie, ich möchte so einen Schotten. Ach, ich muss in den scheiß Flur reinlaufen da noch, oder? Ja. Und das ohne 180 Grad Drehung, geil. Es ist doch nicht möglich, nicht getroffen zu werden. Es ist nicht möglich, in diesen Fuhlern nicht getroffen zu werden, weil die von beiden Seiten kommen. Übel. Das ist richtig mies. So, komm, wo ist der erste? Von hinten auch noch ihr Drecksviecher. So, jetzt ist endlich Ruhe für V.A. Meine Fresse. Seht ihr genau, deswegen hasse ich diese scheiß Hunde. Sorry, gerade die Ausdrucksweise, aber die Hunde gehen mir echt auf den Piss. So, hier war ein Savepoint drin. Beziehungsweise eine Möglichkeit zum Savepoint. So, aber das werde ich jetzt noch nicht tun. Nein, ich gehe weiter. Lack hier ein Farbband rum vielleicht? Nein, sieht nicht so aus. Gut, ähm, egal. Hier ist jetzt ein Savepoint und ich gehe mal weiter. Weil soweit ich weiß, waren das nicht die letzten Hunde. Ne, da waren noch ein paar mehr. Auf der anderen Seite dieses Flurs. Ja, und die würde ich gerne erstmal weg haben. Oder wartet mal, kann ich vielleicht hier schon rinnen, weil ich vielleicht Worte habe, erst mal den Strom hier einzuschalten. Ah, der Strom scheint zu laufen, aber hier war noch was wichtiges. In diesem Generatorraum. Energie mit fünf Schaltungen der X umleiten. Da kommt die Negoscenzen. Jetzt können wir so kurz Schlussruss was für ein... Ja, das ist ein Rätsel. Jetzt müssen wir nämlich hier... ...den Strom... ...richtig einstellen. Ich glaube, so schwer war das auch nicht gewesen. Ja, das war's schon. Energie in Ordnung. Gut, da können wir aber noch nichts machen, weil wir noch keine Keycard besitzen. Die Sargewehrkarte ja mitnehmen. Gut, dann wollen wir jetzt mal um die Fiffis krimmern. Die hier noch rumlatschen. Ich glaube, ein Cutscene kommt gleich, oder? Ich glaube, ein Cutscene kommt gleich, oder? Ich glaube, das war's schon gut. Ich glaube, das war's schon so. Ich glaube, das war's schon. Wettbewerb, wenn ich die Uniforben habe, dachte ich, dass du ein andere Zombie bist. Ich bin jemanden, dass du hierher bist. Ich habe gehört, er war in einem Zellblock gelockt, nur dass es ein Auto verletzt hat, die Entrennung zu verletzten. Ich habe versucht, einen anderen Weg zu finden. Wenn wir zusammen arbeiten, können wir dieses Ding verletzten. Gib mir eine Hand hier, bitte? Das ist nämlich Ada Wongs erster Auftritt gewesen bei Resident Evil, glaube ich. Und Ben ist sozusagen ihr Freund. Ja, und den sucht sie jetzt, wie ihr gerade gehört habt. Und ich weiß bis heute nicht genau, wer Ada Wong eigentlich ist. Ist sie eine Spionin? Ist sie eine Geheimagentin? Ich würde es mal schon genauer wissen. Ist sie eine Diebin, die das Virus quasi selbst sich unter den Nagel reißen will? Wer weiß. Gut, helfen wir erst mal, anstatt hier Zeit zu vertrödeln. Das reicht. So und rennen die gute Stuhl. So und rennen die gute Stuhl. Eta, warte! Eta, warte! Ja, und sie rennt einfach mal voraus. Einfach so. Aber wir gehen erstmal hier rein. Da sind sie schon. Da sind sie schon. Die netten Pfiffis. Und wir müssen da durch. Jaaa, ihre ist richtig. Die kommen gleich raus. Die bleiben da nicht ewig drin. Die bleiben da nicht mehr. Mhm. Gut, da können wir jetzt erstmal nichts machen. Ich glaube, vor den Hunden haben wir erstmal Ruhe. Gut zu wissen. Und ich kann mir ein komplettes Set gerade verwenden. Super. Aber bevor es hier weiter geht, würde ich sagen... Warte, gehen wir erstmal diesen Ben suchen. Ich denke, du musst du Ben sein, richtig? Geh auf, jetzt! Was willst du? Ich versuche zu schlafen hier. Ist das der Mann? Ben? Du sagst die Stadt, dass du etwas wusste, was passiert ist, nicht? Was sagst du ihnen? Und wer bist du? Ich versuche zu finden meinen Freund. Der Name ist John. Er arbeitete für eine Branche von Umbrella, in Chicago. Aber er hat sich plötzlich nach sechs Monaten verabschiedet. Ich hörte ein Räumen, dass er hier in der Stadt ist. Ich weiß nichts. Und wenn ich das mache, warum würde ich dir sagen? Okay, ich sage, dass wir ihn dort verlassen. Wer weiß jemand, wo sie die Schlüssel gelegt haben? Ich habe ihn hier, Officer. Aber ich werde nicht verlassen, diese Schlüssel. Es sind die Zombeer nicht die einzige Dinge, die da draußen sind. Was war das? Wie gesagt habe ich gesagt, ich werde nicht verlassen, diese Schlüssel. Ich werde nicht verlassen, bevor du sie mich durchführen. Hey, ich bin nicht woanders. Ich bin derjenige Koffer, die in diesem Geburt. Was? Wenn du willst, dann musst du mit mir gehen. Aber du wirst, wie du weg von der Stadt rauskommst? Siehst du? Es gibt eine Knoll im Hintergrund. Innerhalb der Knoll ist eine Mannholle. Geh durch und es wird es in der Entfernung bringen. Aber es wird nicht einfach sein. Okay, ich gehe. Einer der Laborangestellten, das war John. Und dessen Frau, ja, das war diese Ada. Jetzt fällt es mir gerade wieder ein. Und ich muss gerade mal gucken, ob der Weg zum Speicherpunkt jetzt frei ist von Zombies. Das wäre nämlich gerade ganz gut so. Weil dann kann ich da abspeichern. Ich lasse aber jetzt noch laufen, falls unterwegs noch Zombies sein könnten. Aber es sieht gerade nicht so aus. Ja, Leute, wie es aussieht, sind hier unten keine Zombies unterwegs. Deswegen würde ich sagen, das war es von Resident Evil 2. Im nächsten Part sehen wir jetzt unten in dem kleinen Save-Kammerchen wieder. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss Leute und danke fürs Zuschauen. Euer WackiLine. Ciao.